Und wo bin ich jetzt eigentlich? Ich glaube, ich bin verlaufen. Ich wollte schon sagen, verwirrt. Ich bin aber nicht verwirrt, ich bin nur verlaufen. Oder ich glaube, da müssen wir gleich wieder gegen eine Firewall. Judamon. Das muss alles Sandy aufschreiben. Alphamon, warte. Nee, Alphamon ist noch nicht vergeben. Nee, Alphamon ist noch nicht vergeben. Kutani will ja jetzt was anderes werden. Wollte nicht irgendjemand die kleine Maus werden? Wollte nicht irgendjemand Jumon werden? Es gibt hier wirklich ein Jumon drin. Irgendjemand wollte Jumon werden. Ich weiß das noch. Braucht er jetzt nicht hinreden. Ich will Jumon haben. Oh Gott, ich muss unbedingt das Jumon haben. Das muss ich haben. Ich muss das Jumon haben. Was? Judasmon? Was? Nein, hau den Judas gibt das jetzt hier nicht mehr. Glaube ich. Als Technik. Käsebombe. Oh mein Gott, das Ding ist mega süß. Ich find Jumon total süß. Nein, Jessica. Metallka Ruchomon ist leider nicht mehr frei. Alles, Sandy, alles. Alles. Aber jegliche andere Form von Garurumon ist noch frei. In der Megafor und Magna Garurumon. Mehr kenn ich nicht. Ja, ich weiß, ja. Nein, warte. Ja, Dennis, du kannst Alphamon werden. Du kannst Alphamon werden. Oh, Chad ist jetzt am Läppi. Am Läppi. So, klebriges Zeug. Zerstörungskanone. Eventuell. Mal gucken. Mach nix, Jessica. Minako, du möchtest Jumon werden? Was kriegen wir dann, kriegen wir dann hin? Wenn du unbedingt Jumon werden willst. Hatte ich dich eigentlich schon nicht. Ich glaub, ich hab dich noch nicht im Team, ne? Was wolltest du überhaupt werden? Ursprünglich. Ja, Lilifmon. Man sollte auch lesen können. Mach mal diese klebrigen Klingen. Hydrowasser. Sakuya-Mon ist leider auch schon vergeben, Jessica. Aber die lilane Form von Sakuya-Mon ist noch nicht vergeben. Was? Äh, Kutani, du wolltest doch hier dieses goldene Digimon werden. Ich hab's echt nicht gesehen. Du wolltest doch eigentlich dieses... Wie hieß denn das da? Warte, warte, warte. Duramon werden oder so? Kannst ja nicht drei werden. Mach hier nochmal einen Angriff. Komm, hau zu. Gott sei Dank dauert die Wand nicht lange. Hat er gerade daneben gehauen? Wer hat da gerade daneben gehauen? Geht gar nicht. Ihr werdet nicht daneben gehauen. Oh, jetzt stirb endlich, Wand. Imperialdramon... Oh Gott, oh Gott. Imperialdramon war Roxas. Also Imperialdramon ist nicht mehr frei. Omega-Mon, äh, ich glaub, es ist auch... Es ist frei, glaub ich. Meinst du, ist ja schwierig. So. Reden ist Zeitverschwendung. Wenn du kämpfen willst, dann lass uns mal loslegen. Und die kleinen Motimons erstmal vernichten. Ja, es kommt drauf an, was Kutani jetzt werden will. Will Kutani jetzt Imperial... Äh, warte, Alphamon werden oder nicht? Weil dann ist Alphamon nämlich schon vergeben, weil Kutani das halt als erstes gesagt hat. Mein Lieblingsbösewicht aus Digimon. Ach so. Das wird am Ende zum Alphamon. Ne, denn ist Kutani Alphamon. Denn hab ich das falsch verstanden. Den, denn ist Kutani Alphamon. Ne, dann hab ich das falsch verstanden. Tut mir leid, Dennis. Dann musst du dir leider ein anderes aussuchen. Ihr müsst alle langsam, langsam machen. Also, ne, also, langsam und keine Doppelposts oder sowas. Einfach, einfach ganz entspannt schreiben. Weil sonst, sonst wird das nichts. Oder halt einfach bei Steam oder Facebook schreiben. Das ist auch ganz angenehm dann. Hey, schauen wir doch mal, wie die besten, wer die besten Digimon hat. Und noch ein Angriff. Und noch ein Angriff. Und dann gewonnen. Wie gesagt, am besten würdest du wirklich einfach über Facebook schreiben. Das ist das Einfachste von allen. So gut wie jeder hat Facebook. Einfach über Facebook das schreiben, was ihr werden wollt. Und dann. Weil hier im Chat ist das alles so ein bisschen Kuddelmuddel. TP Zusatz E. Oh, da können wir wieder, können wir wieder jemanden TP geben. Verwalten. Schalten und verwalten ist falsch. Einstellung. Wer hat denn hier. Ich gebe dir mal die, die, die TP, wa? Oh, wir haben auch noch SP. Kriegst du auch noch SP. Ist eigentlich relativ. Ja, Omegamon ist Omnimon. Wiederbelebungskapsel. Sowas brauchen wir nicht. Unsere Digimon sterben nicht. Also bis auf Kuschel, ja. Aber sonst, ne. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich richtig bin. Ich gehe mal zurück ins Digimon-Labor. Habe ich echt zwei deiner Kommentare ignoriert? Es tut mir leid, Kutani. Es tut mir leid. Aber dann hatte ich das nur falsch verstanden. Ich dachte, du hast mir die Auswahl gegeben von denen. Ha, ha, ha. So. Digitation. Iris. Wie sieht's aus? Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt wieder... Oh, warte mal. Dann müssen wir es ja wieder raustauschen, ne? Ah, wir brauchen unbedingt Digimon-Speicher. Nein, wir müssen es nicht raustauschen. Sehr schön. Chat dauert noch ein paar Level. Leila. Muss man sowieso gucken, was was wird. So, Digibank ist Kuschel. Warum ist Kuschel auf der Digibank? Warum sind die eigentlich auf der Digibank? Warum trainieren die nicht? Gibt's doch gar nicht. Die sollen trainieren. So, Digitation. Ähm, Valkyra kann noch nicht Stingmon werden. Ich hoffe mal, dass das noch was wird. Ansonsten müssen wir wirklich Funbee machen dazu. Oder die Biene? Jetzt... Ich bin schon wieder verwirrt. Ja, Chat. Du bist derzeit wirklich OP hier. Es ist wirklich so. Jessica, es tut mir leid. Lady Delphimon ist auch schon vergeben. Aha. Beziehungsweise Lilithmon. Es tut mir leid. Bitte nicht böse nehmen, alles. Warte, das müssen wir ganz normal zu Gwollmon machen. Kami. Okay, das dauert sowieso noch, bis es hier Metallgreymon wird. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist das normale Metallgreymon, denke ich mal. Und das ist das blaue Metallgreymon. Das ist Skullgreymon. Und das ist Propellamon. Ne, was ist denn das? Hallo Daniel. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Propellamon. Nennen wir es Propellamon. Kutani. Müssen wir dann sehen, wie das hier weitergeht? Ich habe keine Ahnung. Nein. Äh, Digimon können hier nicht sterben. Ja, weil ich dich die ganze Zeit mitgenommen habe, Chad. Weil ich dich hier brauche. Ja, weil du halt das Stärkste bist. Deswegen muss ich dich halt immer mitnehmen. Oh, warte. Das habe ich schon mal gesehen, Kevin. Das habe ich schon mal gesehen. Und ja, jeder kann sich seinen Digimon aussuchen. Wenn es nicht schon doppelt ist. Ich will keine doppelten Digimons haben. Es gibt 300... Über 320 Digimon. Jeder kann sich eins aussuchen. Propellamon ist vielleicht Wise Greymon. Ich weiß es nicht. Ich werde es nicht wissen. Ich finde aber Propellamon ist gut. Ich finde es gut. Ich wollte schon sagen, Iris will nicht mitlaufen, sondern nur mitrutschen. So, ich wollte da die Münze noch haben. Und jetzt mal ernsthaft. Habe ich mich verlaufen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen, oder? Gut, 327 Digimon gibt es. Hier war ich schon, oder? Und dann bin ich hier gelaufen, hier gelaufen. Da brauche ich nicht runter. Das ist hier nur im Kreis laufen. Okay, wie geht es denn jetzt weiter? Wie geht es denn jetzt weiter? Ich muss gegen die drei kämpfen, aber ich brauche den Chiros dafür. Und wir wollten uns doch eigentlich hier treffen, oder nicht? Oder wollte er sonst draußen mit uns treffen? Wir gucken nochmal zu den einen Raum hin. Was, Zubomon? Was, warum will niemand Baby Digimon sein? Die sind doch voll süß. Ja, es fehlt die dritte Person. Es fehlt wirklich die dritte Person gerade. Jokomon. Gibt es eigentlich auch einen Klaasmon? Ich meine, es gibt einen Jokomon. Da müsste es ja theoretisch auch einen Klaasmon geben. Und dann reisen wir um die Welt und machen irgendwelche... Was, ich brauche Gyros dafür? Nein, den Chiros da. Den Chili-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Ros da. Weißt du? Hm. Ich bin heute müde. Mach langsam. Ja, ja, komm. Warte, das können wir jetzt sogar einfangen, ne? Pokéball fliegt, müssen wir machen. Alter, um 45 selbst heilen ist schon echt stark. Genau, und die müssen dann gegeneinander kämpfen. Mit einem ganz unmöglichen und... Eine Jumon-Medaille haben wir schon mal. Das ist schön. In einem ganz unmöglichen Kämpfen. Okay. War ich da hinten schon? Warte. Ja, da hinten war ich auch schon. Okay, wir müssen... Was? Bauchschussmon? Ne, Ba... 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 Bauchschussmon ist auch schön. Äh, Bauchschussmon? Ich... Ich... Ich hab noch nicht mal eine Ahnung, was es ist. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es frei ist. Die Frage ist jetzt aber gerade wirklich, wie ich hier weiterkomme. Sollen wir uns draußen mit ihm treffen? Hilf mir doch mal! Haben wir wirklich angeklopft? Schön. In der digitalen Welt gibt es einen Strom aus Datenpartikeln mit einem Strand, wo Links angespült werden. Und? Was? Zubumon? Was, Roxas? Ich ignoriere dich, was? Ja, das mit den dritten... Hä, der andere ist doch gar nicht dort, hä? An der... An der... An der Stelle, an der dir geraten wurde, drei Digimon mitzunehmen. Der andere ist schon dort. Den hab ich da, aber der ist doch gar nicht da. Entschuldigung, Roxas. Warte. Er ist aber gar nicht da, oder bin ich jetzt blöd? Ist mal ernsthaft? Ich mein, ich hab ja drei Digimon dabei und alles und... äh, mit den drei und so. Okay. Okay. He ist kind of... Bis zum nächsten Mal.